Ich bin auf den Jubel gekommen, weil ich die Emojis sehr, sehr gerne mag und sie jeden Tag eigentlich mit meinen Freunden teile oder ich sie an meinen Freunden verschicke. Ich denke nicht vorher darüber nach. Ich glaube, in dem Moment ist es einfach sehr, sehr emotional, wenn man ein Tor schießt und von daher kommt das alles sehr, sehr spontan. Hallo Fortnite-Fans, ich freue mich meinen neuen Fortnite-Skin vorstellen zu können. Ich hoffe, ihr könnt damit was anfangen und wünsche euch dabei viel Spaß.